Hey, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Who's Your Daddy mit einem Vater, das bin ich, und vier Babys, das sind die Lina. Moin, ich trinke gerade gleiche. Ey, Jonas. Oh mein Gott, was war das, Alter? Mach das bitte die wieder. Dann Tim. Moin. Und Gambo. Es gab ein Update, es gibt tatsächlich einen neuen Raum, ich denke, der müsste hier oben sein. Ne, da gibt es keinen neuen Raum, aber es gibt einen neuen Raum. Ach, hier, da ist der neue Raum, hier muss der neue Raum sein. Ne, hä, das ist der nicht. Es muss eine Waschküche geben, Leute, wo ist denn die Waschküche? Waschküche? Es muss eine Waschküche. Ah, hier, das ist neu. Ja, hier ist neu und hier ist die Garage jetzt, das haben sie neu gemacht. Okay. So, ist hier alles in Ordnung? Ich sehe euren Namen, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht. Junge, ey, was ist das? Kacke oder so. Junge, Hilfe. Ich habe mich voll gekackt. Der hat sich komplett voll gekackt. Ich habe mich eingeschissen. Ja, ich habe was zu trinken für euch. Nein, ich habe es selbst getrunken jetzt. Hier, King Cop. Wir versammeln uns jetzt alle in der Küche, Kinders. Aua, ich bin gegen die Tischkante gelaufen. Warum bist du grün? Okay, alle in die Küche. Oh nein. Warum bist du grün? Warum bist du grün? Du, grünes Kind, trink die Soda. Ich glaube, ich schenke gerade. Ich gehe ins Solarium. Hilfe. Trink die Soda, du. Ich bin tot, eins deiner Kinder ist tot. Nein. Ich versuch's doch. Ich bin gerade mit der Steuerung überfordert. Ich kann Eier werfen. Ja, mich hat irgendein Kind gerade gebissen oder so. Nee, ich werfe Eier auf dich. Oh mein Gott, guckt euch das an. Was machst du denn da? Oh mein Gott. Wie sieht das, das ist auch neu. Wie sieht das denn aus? Mann, ich kann nichts Neues in die Hand nehmen. Das ist hier gerade verwandt oder so. Nein. Lass den Schluck rüber, bitte. Alter, Ben, was hast du denn gemacht? Mann, ich kipp hier immer instant um. Aua. Ey. Nein, ich wollte das nicht selbst trinken. Oh mein Gott. Ich kann euch winken. Hier ist braune Farbe. Ich denke nicht, dass man die trinken sollte, Gambo. Yo. Oh Gott. Alter, ich habe ein Genick gebrochen oder so. Oh mein Gott, was ist das? Ich slide hier durch die Gegend. Okay, warte. Ich muss schläuern. Junge, süßig. Kipp dauert um, ey. Diese Türen sind gemeingefährlich. Auf das Ding, Lina. Warum ist hier ein Kind drin? Auf. Ich bin ab. Ich bin ab. Ich muss so ein Kind retten. Das hatte Motoröl getrunken oder so. Oh mein Gott, ihr habt mich umgehauen. Nehmt wieder. Junge, Alter, wer schlägt da so aggressiv mit der Bratwanne zu? Das bin ich. Okay, das Spiel können wir auch zu zweit machen. Ich schieße mir da eine Nagelpistole auf. Junge, wie siehst du jetzt aus? Wie siehst du jetzt aus? Ich weiß es nicht. Wer ist dieser grüne Junge? Junge, Alter, was soll das? Ich habe keine Muni mehr. Kann ich nachladen? Ne, okay, weg damit. Ich habe mit Nagel gegessen. Aua, Alter, Junge. Warte, ich fahre mit dem Auto. Steigt mal ein, Leute. Schlechter Fahrer. Ben ist ein richtig schlechter Fahrer. Hä, ich steig mal. Fahrer oder Fahrer? Äh, Fahrer. Ich brauche den Schlüssel. Hä, ich kann das nicht fahren. Ihr könnt das fahren. Ausgaben aussieht hier ohne. Bist du da mit dem Hut unterwegs? Ich kann da nicht fahren. Ich brauche einen Schlüssel dafür. Wo ist denn der Autoschlüssel, Kind aus? Den habe ich gegessen. Hast du ihn von mir gegessen? Weiß ich dich kann sein. Ich glaube, ich habe den Überbruch hingeworben. Aber ich wurde danach gegessen. Oh mein Gott. Das hat doch gar nicht so gut geschmeckt. Hä, leben andere Kinder noch oder sind die alle tot? Ich lebe noch. Ich bin gerade noch waschen, Lina. Hey, da, Lina. Hey, Jo, was ist das? Alter. So ein, so eine Rettung. Junge, du dich drehst. So eine Rettung, ey. Bei dir sind Pillen, Ivina. Ich habe was für dich. Ich kann stehen. Ich kann jetzt auf einmal gehen, Mann. Was ist denn jetzt los? Alter. Aspirin für dich. Stehbleib, Kind. Ich habe keine Aspirin. Nein, nein, nein. Oh, ich mach an und antworte. Lina geht in die Schule jetzt. Ja, Mann. Die mache ich in den Backofen an. Ah, so. So ein Dackel. Oh nein. Du bleibst drin, Kind. Du hast jetzt gebacken. Und jetzt gibt es noch Ketchup. Okay, Kinder, wir spielen jetzt Squid Game. Ich habe nämlich gerade was gewonnen, was wir spielen. Ihr geht alle raus. Ihr geht alle raus. Alle in den Garten, alle in den Garten. Hinten in den Garten. Ich bringe was mit. Nein, jetzt ist das weg. Gerade war das hier. Oder war das in einem anderen Schrank? Kannst du die Tür aufmachen, bitte? Äh, Ophelina. Hallo, die Tür. Ne, keine Ahrius geht. Ich suche was gerade. Ah, ich habe es gefunden. Ich bin draußen. Darf ich einen Fußball essen? Ach, da ist einer. Ich bringe einen mit. Ja, kannst du ruhig essen. Kein Problem. Ich habe noch einen. Hey, warte. Kannst du die auch mitnehmen? Oh Gott, habe ich den Ball hingeschmissen? Hä, hat jemand die? Vielleicht durch die Tür? Okay, Tim, du darfst den Ball doch nicht essen. Meiner ist weg. Alle raus, Leute. Ey. Tim. Was passiert? Du hast den Ball vor meinen Augen. Alter, wie schnell kann ich sprinten? Junge, guck mal, hä? Warum kann ich so? Alter. Okay, also wir spielen jetzt folgend. Also eigentlich wollte ich Fußball spielen, aber jetzt ist der Ball weg. Let's go. Aua. Leute, wir brauchen den Fußball. So, wir machen zwei Teams. Tim, Jonas, Gambo, Elina. So, alle von den Fahrzeugen runter. Du hörst mich umzufahren, dauernd mit dem hässlichen Auto. Komm mal alle an den großen Junge. Hey, du hast mich. Ich seid da zu zweit drin, Alter. Hier fehlt eine. Ein Kind fehlt. Loll. Alter, Jungs. Jungs, Junge. Moin, Jungs, ich stehe mit Rufus. Alter, wo ist der Hund her? Junge. Wo hast du den Hund her? Jo. Alter. Jo, du hast den Ball gefressen. Ich glaube, der Hund hat den Ball gefressen. Alter, Jungs. Oh mein Gott. Okay, jeder holt sich jetzt noch ein Fahrzeug. Einer geht da hinten in dieses kleine Auto. Einer macht den großen Rasenmäher. Einer macht Rufus. Und einer macht... Haben wir noch ein Fahrzeug? Haben wir noch ein Viertes? Nee, nicht Rasenmäher. Das kleine Auto. Das ist viel schneller. Ja, das funktioniert nicht. Ja, ich habe den Schlüssel weggeworfen. Tut mir leid. Ach, du bist wirklich so ein Dreckiger. Man kann damit echt nicht mehr erfahren, wie sinnlos. Doch, man kann. Achso, wenn man angeschubst wurde. Warum hast du den Schlüssel weggeschwischt? Irgendwo liegen. Okay, wir suchen jetzt alle... Du bist ja sogar von mir, die Rasen. Wir suchen jetzt alle den Schlüssel, Leute. Nein, der ist safe weggepackt. Rufus, fass. Rufus. Der Hund ist in 10 von 10, Alter. Wir fahren jetzt... Stehenbleiben, Tim, du Nervensäge. Let's go. Wir fahren jetzt eine Runde ums Haus. Der Langsamste wird disqualifiziert. Let's go. Das war ein Frühstatt, Tim. Tim, Frisch. Alter, Junge, warte. Ey. Das sieht schlecht aus, Rufus. Ich rede jetzt gar nicht. Nein, 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 Rufus. Das zählt alles nicht. Das war wirklich... Aber du bist ja wirklich auch so langsam. Das stimmt nicht. Warte, ich hab... Ich hab... Ich hab... Ja, wir haben gewonnen. Ey. Ich bin schneller. Oh, ich hab mich verloren unterwegs. Kann es sein? Ich wollte dich ungepackt nehmen. Rufus. Gambo, du musst in den Hexler. Das sind die Regeln. Nein. Du hast verloren. Das stimmt nicht. Das war ein Frühstatt. Rufus, komm mit. Oh mein Gott. Rufus hat selbst reingesprungen. Rufus lebt noch. Rufus lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Er ist da irgendwo. Rufus hat sich... Nein, ich muss ausmachen schnell. Gesaved. Rufus lebt noch. Rufus ist mein Dreh. Siehst du das mit seinem Schwanz? Ja. Rufus ist mein Dreh. Da, Rufus lebt noch. Alles gut. Alles gut, Leute. Rufus lebt noch. Gar kein Problem. Der hat einfach Rufus reingesprungen. Habe ich nicht. Der hat von selbst reingesprungen. Okay, wir müssen jetzt aber noch... Okay, Gambo ist jetzt raus. Aber wir lassen ihn leben. Wir müssen jetzt ein zweites. Wir machen jetzt Wettschwimmen, Leute. Kommt, hier ins Wasser. Ihr könnt zwar alle nicht schwimmen, aber ein gewisses Risiko besteht ja halt immer. Boom, Alter. Boom. Nein. Rufus kannst du schwimmen, bitte? Rufus kannst du schwimmen, bitte? Let's go, Rufus. Jo. Jo. Hoffentlich ertrinkst du Timm die Nervensäge mit deinem hässlichen Auto. Junge, wie hoch springt denn Rufus, Alter? Let's go. Oh, jo. Ah, der war kacke. Alter. Rufus springt von... Rufus springt von Zähne einfach. Dreifache Schraube, wow. Einfach keine Unterschnitte, wenn ich auf den Boden aufgekommen habe. Ich komme hier nicht raus. Warte. Was ist mit deinem Auto los? Das weiß ich auch noch nicht. Ich kann dir nur zuwinken, aber ich kann dir nicht helfen. Junge. Mann, es ist so dumm, ich kann dich nur aus Sachen grabben, aber ich kann dich jetzt nicht einfach so nehmen. Alter, Gambo. Oh mein Gott. Let's go, Dreifache Schraube und Rufus. Kommst du da jetzt nicht mehr raus? Nein. Damit hat Tim verloren und wird disqualifiziert. So, alle an den Beckenrand jetzt. Wir schwimmen einmal von einer auf die andere Seite. Alle hier oben an den Beckenrand. Mann, ihr seid wie echte Kinder, ohne Witz. Tim, jetzt komm einfach an diesen beschissenen Beckenrand. So. Wer als erstes die andere Seite berührt. Danke, Tim. Korrekt. Korrekt, dass du dich einfach ausmokst. So, wer als erstes die andere Beckenseite berührt, außer Gambo, der es schon raus hat, gewonnen. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ich weiß gar nicht, wer erster von euch ist. Wer ist erster? Ich. Nein, Tim. Gewonnen. Und die Lina hat gewonnen. Ja. Warte, ich habe aber eine ganze, ich habe einen Preis tatsächlich. Gib mir eine Sekunde. Trink. Oh, ich habe es geschafft. Ich kann die Kappe essen. Lecker. Ich habe dafür was bekommen. Das war gut. Ich habe eine Plastikkappe. Was macht die Sau? Junge Gambo, lass den Hund jetzt. Alter, der Hund hat den gefressen. Ich will auch was zu essen. Ich will auch was zu essen. Ich mag doch, Spiegelein. Komm, bitte, bitte, ich habe alles gut. Ich habe keine Pfanne. Oh nein, der Hund hat Durchfall. Der Hund hat durch. Oh mein Gott, hat der wirklich. Warte, ich weiß nicht, ob ich das wegkriegen kann. Ich weiß nicht, ob ich das wegkriegen kann. Ich habe also Kontrolle. Kann ich das essen? Ich habe hier nämlich, hier, ich habe hier das so, das habe ich da vorhin gesehen. Hier, das hier, genau. Passt auf, Leute, ich kriege das hin. Oh mein Gott, der hat ja... Hier, guckt, wie schön ich das sauber mache. Okay, ich bin dabei undächtig geworden. Hey, der ist weg, der Schamanese. Hab ich hier so sauber gemacht, ey. Ah, ich verrecke. Kohlenbonus. Noch nie gab es eine saubere Küche. So, aber weiß jemand, wo die Pfanne geblieben ist, Leute? Hat das seine Farbe? Das ist for real. Ich habe das for real gebraten. Aber ich kann es nicht mehr nehmen. Schade. Leute, könnt ihr das Schnitzel, das... Oh, der Hund frisst alles. Es ist... Ich esse die Bananen jetzt hier. Ey, warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Lass den mal anschließen. Nein, 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 ich kriege. Ich habe wieder alles voll. Nein, das habe ich dich rausgenommen. Mann, bei Tim so nervig das Ding weggezogen hat. Ich wollte den mixen. Ich bin über die Krecke vom Hund ausgerutscht. Das kann gar nicht sein. Ich habe die weggemacht. Nee, hier ist immer noch voll viel Scheiße. Was ist denn das Wort? Ich habe meiner das Geschenk für dich. Mixer. Mein eigener. Perfekt. Hier, Kind, du bist Müll. Ab in die Mitte. Halt doch was mit deinen Armen los. Mit meinen? Ich sammle Müll auf. Ja, der sah gerade eben übel komisch aus. Ich habe Müll aufgesammelt. Ah, hallo. Ui, hallo. Hallo. Oh nein, dir geht es ja echt nicht so gut. Willst du nicht eine Banane essen? Haben wir nicht mehr. Halt auf. Wieso falle ich denn permanent um? Hui. Kann ich was essen? Was ist das? Eine Urne. Ich muss an das Hähnchen kommen. Oh. Das war die Oma. Nein. Was ist das hier? Nein, 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 nein. Ich bin krank. Das ist eine Zigarette. Ben, mach mal einen Job hier. Hier ist eine Zigarette, Alter. Guck mal. Wir brauchen Medikamente. Nein, ist Gambo gestorben. Echt jetzt? Gambo. Kann man Gambo wieder essen? Scheiße, Daddy. Es tut mir natürlich jetzt leid. Ich finde es aber auch nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Du wolltest den Freund in den Schredder werfen. Nein, nur den Verlierer, nicht alle. Da ist eine Ratte. Wo? Ja, da unter dem Ding. Hört doch mal auf, ey. Tim, Alter. Ich war das nicht. Rufus hat wieder Tütschiss. Und Rufus kacht wieder. Wo ist denn hier der? Ich sehe sie, da ist sie. Wo ist denn hier? Oh, ich sehe die nicht. Ja, ich kann sie aufheben. Kannst du die essen? Ich hab sie. Oh mein Gott, ich sehe es, ja. Oh mein Gott. Rufus ist, Rufus ist zwar. Aua. Ich habe die Ratte geworfen. Ja, gegen mich, ich habe es gesehen. Okay, erstmal muss die Ratte weg. Was macht so Rufus hier? Rufus ist zwar wird, ey. Ich fährt von Rufus. Wo bist denn du jetzt? Ich weiß es nicht. Ich denke, Ben hat nicht gegessen. Ja. Ich hab dich nicht gegessen, glaube ich jedenfalls. Super, ich habe das 1A gemacht als Vater. Eins von drei gestorben. Ist eine gute Kohle. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Bis morgen, euer Ben Son. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.